Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest schon unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Hinweis geben, der vielleicht für den einen oder anderen noch sinnig ist. Und zwar, wenn ihr noch Ruf-Fraktionen oder Twings am Hochbasteln seid oder braucht, dann ist jetzt der optimale Zeitpunkt das zu tun. Denn wir haben, ja, jetzt noch zwei Tage eine optimale Konstellation mit verschiedenen Bafs, die uns den Ruf erhöhen. Und insgesamt haben wir da nämlich 75%, die wir kriegen können. Und zwar zum einen haben wir ja den 15. Geburtstag, der bringt uns 15% mehr Erfahrung und Ruf, die wir jetzt, ja, die nächsten zwei Monate noch bekommen. Dann haben wir für diese ID-Woche den Baf, dass wir durch das Abschließen von WorldQuest 50% mehr Erfahrung bekommen. Heißt, sind wir insgesamt schon, zumindest bei WorldQuest, dann bei 65%. Und dann könnt ihr euch jetzt die nächsten beiden Tage noch hier den Dunkelmond-Yamark-Baf holen, der auch nochmal 10% mehr Erfahrung und Ruf bringt. Und dementsprechend seid ihr auf 75%. Heißt, wenn ihr jetzt noch irgendwo was braucht, zum Beispiel aus der Paragon-Kiste wie ich, die Legendary Essenzen, dann kriegt ihr sehr, sehr viel mehr Ruf. Und das würde ich euch raten, dass ihr das noch mitnehmt. Und ab Sonntag habt ihr dann quasi nochmal 10% weniger, aber dann wird es sich auch noch rentieren, da die ein oder andere Ruf-Fraktion anzugehen. Gut, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.